Schwarze Katze und die Jacke und die Beine, die können nur aus Nieheim sein. Schwarze Katze und die Jacke und die Beine, können nur aus Nieheim sein. Die Hamburg-Steiner war auch lieb. Lieb! Der hat Einigkeit aufs Tritt und Tritt, das tut ja gar nicht weh. Josef und Dirk waren bei uns auf dem Hof, haben dann ganz nett gefragt. Ich habe dann gesagt, naja, vielleicht sind wir doch wirklich ein bisschen alt, aber ich weiß, dass man sehr gute Gründe haben muss, wenn man absagt. Deshalb habe ich zugesagt und dann habe ich gesagt, jetzt schreibe ich mal an unser Prozessor eine WhatsApp, damit die wenigstens Bescheid weiß. Ich habe mich sehr gefreut und habe das sofort per WhatsApp bejaht. Ich denke mal, das ist schon mal einen Schlachtruf wert. Und ich würde sagen, auf das Nieheim war prinzipa ein dreifaches Nieheim. Olle! Me! Olle! Me! Ja, herzlich willkommen hier bei uns in der Volksbank. Ich habe schon vielen erzählt. Man sieht im Grunde nur die ersten zwei Reihen Leute. Also ich hatte auf jeden Fall so einen Tunnelblick und ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob in der Halle ganz viel los war oder wie die Stimmung war. Als man oben stand, konnte man wieder sehen, dass die Leute schon sehr zufrieden waren und hatten auch Spaß dabei und wir eben auch. Und man muss sagen, also vom Karnevalsverein her, man wird schon sehr gut unterstützt. Das ist echt eine tolle Sache. Ja, die Freude ist groß. Wir sind echt froh, das Prinzip war sein zu dürfen und genießen das in vollen Zügen. Wir haben eine kurze Session, kurz und knackig und dann nehmen wir jeden Tag mit und finden's toll. Jeden Tag. Schwarze Katze und die Jacke und die Beine, die können nur aus Nieheim sein. Schwarze Katze und die Jacke und die Beine, können nur aus Nieheim sein. Der singt im Karneval lustige Lieder. Das Wort gefreut und froh sind immer wieder. Wer ist vom Nahen späßen stets bereit. Und ist lustig alle Zeit. Das tut ja gar nicht weh. Und wenn die Katzen vorher stehen, wir merken alle? Olle! 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 Untertitelung des ZDF, 2020